Hey Freunde! Willkommen zum heutigen Test. Wir testen mal das Fontänen-Mix-Set von Klasek. Es sind vier kleine Vulkane drin. Ich denke mal in einer Zweier-Verpackung. Auf jeden Fall hat das Set vier Euro gekostet, also pro Vulkane ein Euro. Wir haben hier auch eine, wo steht denn die M&M? Ach ja, hier haben wir es doch 100 Gramm. Also 25 Gramm auf eine. Ist in der Kategorie F2 und Bezeichnungsnummer müsste auch noch irgendwo stehen. F2M. Ja, geht hier nicht. Also Freunde, das sind noch gelabert. Okay, mal raus zur Zündung der Fontanui-V-Mix. Ja, so muss das sind. Hey Freunde, so wir machen jetzt die Klasik-Vulkane. In dem Set waren ja vier Stück. Das sind zwei verschiedene Sorten. Wir haben einmal hier den, keine Ahnung, ja, seht ihr ja, und den Vulkano. Ich würde sagen, zünden wir erstmal den Drago-Dingsbunk. Den Drago. Die große Basis, natürlich sehr windig heute. Ja, fand ich eigentlich auch nicht mal so schlecht. So, dann vergleichen wir den gleich noch mit dem Vulkano, den anderen, der am Set drin war. Wie gesagt, das Vierer-Set kostet so um die vier Euro. Also pro Vulkane ein Euro. Ja, also ich muss sagen, pro Vulkane ein Euro sind gar nicht mal so schlecht. Das war's für heute. Das war's für heute. Eins, zwei, drei, drei. Geht's. Absolut.